So, einmal plündern bitte. Die haben nicht so viel da. Und da haben wir das Orangedorf, so wie ich es vermutet habe. So, dann nehmt ihr hier mal schön was mit. Okay, Auftrag wurde wahrscheinlich erteilt. So. Ja komm, du kannst ja auch fischen gehen, wenn du schon eine Angel in der Hand hast. Ah, da kommen die anderen angelaufen. Sehr gut. Guck'n da. Wir holen uns noch mal ein paar Babys hier, damit wir hier komplett vollständig sind. So, als würde ich mal gucken. Ah, genau, Wurfspärer. Die hole ich mir, glaube ich. Die sind ganz wichtig. Ja, hier haben wir unseren Totempfahl. Schon was größer. Geht ja recht flott hier. Baby-Luke. So, dass wieder irgendjemand ausgewachsen ist. Wohl, ne, weißt du wat. Einmal den abwählen. Alle einmal Wurfspärer. Genau, und unser Feuer sieht jetzt auch etwas anders aus. So, dann geht ihr mal alle zusammen angeln hier. Du gehst erstmal hier einen neuen, einen Angelsperr dir holen. Dann kannst du angeln gehen. So ist da jetzt alles, ja, da ist alles weg. Sehr gut. So, dann holen wir uns noch eins. Der ist jetzt auch ausgewachsen. Den lasse ich jetzt mal hier. Den nehme ich da. Bei dem nehme ich schon mal einen Heilstab. Und der hier bekommt gleich auch noch einen Heilstab. Und die anderen bekommen ja alle Wurfspäre. Und dann gehen wir erstmal aufs Gründorf. Ja, und wenn wir dann noch gut dabei sind, dann können wir direkt hier das Orangedorf... Ja, genau, das Baby dreht wieder durch. Jetzt brauchen wir erstmal genug Nahrung. Haben wir gleich. 26. Haben wir die Wurfspäre. Einmal gebaut. So, hier sehen wir das Ei. Das bedeutet, dass die... Jetzt gleich zu einem Viertel ist dann... Okay. Auch cool. Taucht dann einfach mal so ein Ufo auf. Cool, cool. Nein, was ich sagen wollte, hier sieht man eben, dass die... Kindheit, sag ich jetzt mal, abläuft. Hier in Form dieses Eis, was jetzt nur noch zum geringen Teil da ist. Jetzt gleich ist es ganz weg. Genau, jetzt ist es weg und dann ist er wachsen. Der nimmt sich jetzt auch mal einen Heilstab. Und jetzt glaube ich, ja, wir sind... Jetzt haben wir, ist das... Ganz auch tausend. Mit tausend Lebenspunkten. Das Dorf hier. Da ist wieder das Ufo. Ich sehe den Schatten. Wo ist es denn? Da ist es. Oh, schick. Oh, schön. Klaut sich da jemanden. Wollt ihr das bitte nicht mit mir machen? Nee, komm, geh weg. Geh weg. Will dich hier nicht sehen. Jetzt klaut das mir Essen, oder was? Oh, ab hier. So ein Tanzen. Genau, die anderen arbeiten. Das ist doch schön. Dann essen wir das Ufo. Cool, cool. So, wo bist denn du jetzt hier? Wacht denn der da? Das wäre das Ufo. Was macht das hier? Ich will das hier nicht haben. So, ihr könnt hier noch untertanzen. So. Ja, 70 Nahrung. Ich würde mal sagen, das reicht jetzt gleich. Dass wenn hier wieder jemand ankommt. Da kommt der Erste. Schnapp ich mir den mal. Ach, ja. So. Der Nächsten. Zack. Und zack. Und zack. Und noch einen. So, die nehme ich hier mal zusammen. Und dann habe ich gleich auch, glaube ich, schon alle. Ihr nehmt euch jetzt hier auch. Und die beiden noch. Und jetzt, glaube ich, haben alle. Ja, das trifft sich ja gut. Jetzt habe ich nämlich, jetzt bin ich hier fertig. Wer will uns denn da angreifen? Ich glaube, das orangene Dorf. Soll ich die dann schon auf dem Weg dahin platt machen? Auch eine Möglichkeit. Komme ich denen mal entgegen. Wo sind sie denn da, Linzel? Zack, zack, zack. Da kommen die ganzen Wurfschwerer. Ja, die sind effektiv. Wir rennen die hier durch, oder was? Die muss stehen. Ja, du hast nicht lange zu leben hier. Tschüss. Was ist der denn? Komm rein, bitte. Geht das nicht? Oder was ist jetzt hier los? So, ja. Irgendwas ist da noch los. Wusste ich's doch. Und einmal reparieren. Genau, so repariert man das Ganze. Dann haben wir das auch schon mal. So, hier, du, du. Du willst garantiert hier wieder meine Sachen klauen. So. Jetzt sind da nämlich nur noch sechs. Trifft sich gut. Dann nehmen wir die jetzt einfach kurzerhand ein. Verfolgen wir die hier mal schön. So. Also, ich glaube, in der Kreaturenphase hätte ich da ziemlich Angst bekommen, wenn da so eine Armee wildgewordener auf einmal da so ankommen würde. So, ihr bleibt jetzt hier erstmal stehen, denn ich möchte hier nur... Die gehen hier nämlich mal weg. Schamane. So, ihr bleibt mal hier. Du kommst mit. Genau, so machen wir das jetzt. So. Okay, ich glaube, achso, jetzt ist der Häuptling hinüber. Das macht aber nichts. Der kommt gleich wieder. Die können wir hier erstmal weitermachen. Und das geht jetzt im Moment nicht. So, wie viel sind denn da noch? Drei sollen da sein? Oha, was ist denn das? Sieht irgendwie groß aus. So, hier haben wir jetzt. Da haben wir noch einen. Jetzt wird's hier Nacht, oder was? So, jetzt greif ich hier endlich mal an. Hier, also, genau. So, hier einmal... Zack, zack, zack. Das war's. Und dann einmal bitte das... ...Hauptquartier. So, hier solltet jetzt gleich der Häuptling wiederkommen. Da ist er. So, du kannst jetzt mal hier... Okay, das scheint jetzt hier irgendwie so eine Errungenschaft gewesen zu sein. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, wir sind gut dabei. Hilfe, ein Baby ist in Gefahr. Ja, das dreht wieder da durch. Das kann dann mal weggebracht werden. So, da ist wieder irgendjemand... ...ein Baby. Und da ist ein... ...neuer... ...ein neues Stammesmitglied. So, das können wir uns jetzt auch mal kurz hier... ...so... ...und da hat wieder jemand Hunger. Ich muss hier gleich mal einen Rückzug machen. Einmal Wurfspeere nehmen. Können sich dann hier schon mal bereit machen. Da ist wieder der Häuptling. In dem Moment müssen wir uns kurz kümmern, ne? Hier haben alle nur Hunger. Sind von der... Ja, ist von der Heilung her... ...ist das in Ordnung. Jetzt können wir uns hier eben kurz noch ein... ...Kind holen, sag ich jetzt mal. So, dann macht mal hier jetzt. 174... ...155... Oh, das hat's doch gleich auch schon hinter sich. Was machen die denn hier? Nachlaufen. Die heilen sich. Das ist doch gut. So, und das ist der vorletzte. Da haben wir wieder genau den gleichen Text. So, und dann bitte einmal hier... ...Nahrung einsammeln. Jetzt gehen wir mal gucken, was wir da noch... ...hinzubekommen haben. Oh, oh, okay. Wo geht der denn jetzt hin? Das ist doch ein Orangener. Ähm, Moment. Schweißbrenner haben wir jetzt dazu bekommen. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Wo will der denn jetzt hier hin? Ist denn der überhaupt... Ist er jetzt weg? Nö, da ist er noch irgendwo. Hm. Komisch. Jetzt ist er weg. Und liegt da noch was? Oh, da liegt noch ein bisschen was. Brauchen wir gar nicht. Ich wähle jetzt einfach mal den Stamm aus. Die können jetzt hier einfach nur runter essen, denn wir haben hier genug Nahrung und so weiter. 94. Jetzt weiß ich gerade nicht, was die machen. Die, die noch was in der... ...im Maul haben. Also die hier dieses Essen ranbringen. Die bringen das weg und nehmen sich dann was, oder wie. Anscheinend. Hier gibt's einige, die... ...denen es nicht so gut geht. Und jetzt gucken wir gleich, dass wir hier... ...das letzte Dorf, das grünen Dorf... ...fertig machen. Dann würde ich sagen, sie war schon fertig mit der Stammesphase. So schnell das jetzt ging. Das ist die Stammesphase dann gewesen. Bis zum nächsten Mal. ação Vielen Dank.